Halo again! Aufsinn, Leute! Auf live mit mir... Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Du bist da hinten. Wo bist du? Wer sind sie? Du bist... du richtig. Ja, aber komm noch mit. Ich komm mit. Ich bin André, bei mir ist der Tim... Hallo. Du darfst deinen Namen selber sagen. Ich darf meinen Namen sagen. Tim. Hi. Und wir spielen eigentlich wieder Halo. Endlich. Da oben ist noch ein roter. Warte, warte, ich hab ihn. Ja, der ist dumm. Quatsch. Hast du das gesehen? Ja, aber warum? Weil der Nieder da ist. Ja, aber wie hart ist denn der Nieder? Ja, wenn da tausend Nadeln drauf sind. Der Nieder muss mal genervt werden. Ich denk dran, sag Bescheid, wenn du nicht tot bist. Du bist tot. Ja, dann geh doch weg. Achso, ja, stimmt. Oh, hab ich die Zeit nicht? Nee, hab ich nicht. Du bist auch gleich tot. Nee, du lebst noch. Lauf! Renn noch, Master Chief. Wie war das Mickey Maus gerade? Haha. Hallo Pluto. Ich bin das Mickey Maus. Das Spiel ist irgendwie leise. Kann das sein? Oh, ich werde beschossen. Ich will aber das Spiel auch da machen. Warte. Warte. Oh, ich muss ja hier hin. Ja, das ist doof. Ah. 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 Ah, wie geht Maakam? Scheiße, ich hab alles nach dem Essen vergessen. Alles nach dem Essen vergessen? Ich hatte extra ein Headset. Ich hab extra ein Headset für dich und Digi besorgt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ein Headset für mich und Digi? Ja, einfach nur so ein Mikrofon. Ein einfaches. Was die Teams im Grunde auch haben. Sobald du dir um die Ohren klappst. Warum nur für mich? Ja, weil ich das nicht brauche. Ich kann auch. Ich passe mich die Mikrofon an, wenn ich spiele. Nicht andersrum. Da ist einer drin. Wie fang aus. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich hab so den. Alter, ich weiß nicht. Ihr habt schon die Steuerung. Echt nicht. Ja, so lange ist er. Also. Ja, ich. Man muss dazu sagen, die letzte Folge, die ihr gesehen habt, ist jetzt irgendwie drei Wochen her oder so. Also, dass wir sie aufgenommen haben. Ah. Aber wir haben heute schon ein bisschen gespielt hat. Ah. Was ist das? Ist da hinten einer drin? Das bin ich. Also, in einem bin ich. Ah, ich bin tot. Bist du in dem drin gewesen? Oh, nee, das bist du nicht. Nee. Aber ich hab den auch geschossen. Alter, ich rede echt nicht. Das ist nicht so. Man gewöhnt sich dran. Ne, wie du. Ja, man gewöhnt sich dran. Ich kenn meine Stimme. Ja, Tim will jetzt auch einen Letzt Player machen. What? Ihr könnt ihr ihm folgen auf seinem Kanal. Ja, ich hab einen, aber dann sag ich nicht. Wie heißt er dein Kanal? Ja, weiß ich nicht. Kannst du auch Banjo-Tooie und Banjo-Kazooie und Banjo. Ich bin überall Banjo. Kannst du auch machen. Kann auch Banjo an Plug. Ist das denn jetzt tot? Ja. Ach, jetzt kommt Verstärkung, glaube ich. Für wen? Ja, nee, nee. Sind wir nicht die Allianz? Nein. Echt nicht? Kann man auch nicht. Du hast nicht... Ja, auf mich zu schießen, Mann. Bin ich gar nicht. Wer schießt denn da auf mich? Ja, das Große dahin. Ja, dann du bist auch ein Großen. Ja, ich bin auch ein... Ich schieß auf den... Auf das Landungsschiff. Ins Landungsschiff, Alter. Ich hab keine Munition. Ja, ich schieß ins Landungsschiff. Ich werde sterben. Nein, schieß doch den Typen da. Uuuuuh. Nein, nein. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich... Oh, fuck. Ey, bevor du da ausgestiegen bist, kannst du auch gleich drinbleiben. Ey, Typ, ich bin tot. Du bist tot? Ich bin tot. Ich verlebe wieder. Ich hab keine Munition. Was fällt nach... Oh! Was ist da denn runtergefallen? Alter, ich bin schon wieder tot. Was? Was? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist da runtergedroppt und dann... Wieso zoomt da eigentlich immer auf den Arsch, wenn einer tot ist? Ey, ich seh auch... Das ist Destiny. Ich hab das Gefühl, da kommt ein Gegner. Ein Gegner? Meinst du, das ist wie Destiny? Das ist Werbung für Destiny. Du brauchst nicht ins Mikrofon gucken. Alter, das ist echt... Alter. Ja? Ich... Niemand spielt mit dem Rücken an einem Sofa. Also... Nee, ich schon. Nee. Du bist ja auch ein fetter Oberprobleme. So. Wenn dieser... Oh, tot. Mein Schild ist down. Mein Schild ist down und du bist fast tot. Ja, ja. Tim! 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 Ich bin voll dabei. Oh, Alter. Hast du das gesehen? Ja. Bei mir, ne? Ja. Guck auf deinem Bildschirm, verdammt. So. Alter, das sind aber voll viele noch. Der ist auf ein Landungsschiff gekommen. Hatten wir schon einen Kontrollpunkt? Was? Hab ich mir eine Granate gehofft? Nee, ich glaub nicht. Echt nicht? Er ist Halo. Übel. Da ist ein Roder. Und du bist fast tot. Ich bin... Ich leb doch noch voll. Ja, aber du bist fast tot. Ja, Alter. Und ich hab voll keine Munition. Das... Du hast auch 60 Schuss, das ist alles gut. Alter! Der... Nee, das war... Geh doch, geh doch. Oh! Oh! Geh doch in so'n Geschütz rein. Ja, da ist auch noch einer im Geschütz. Oh! Ach so, ich schieß jetzt da hin. Du bist fast tot. Und ich hab immer noch keine Munition. Alter, da schieß doch immer noch einer aus dem Geschütz raus. Ja, warum machst du denn den nicht weg? Ja, weil ich da nicht... Du brauchst nicht ins Mikrofon schreien. Wenn ich neben... Ich schreie nicht. Hallo? Ist er weg? Nee, der ist doch noch da. Das bist du! Das ist der Roder. Den kannst du ruhig... Ja, sehr gut. So. Jetzt ist da irgendwie noch einer. Da hinten. Wollen wir nicht irgendwie zoomen? Ja. Wollen wir nicht irgendwie zoomen? Ja, mit der Pistole. Und mit dem Sniper. Aber nicht mit dem normalen Gewehr. Hast du das Spiel etwa noch nie gespielt? Ich kenn dieses Spiel nicht. Was ist das überhaupt? Was ist dieses? Das da. Ist das gut? Ich glaub ich hab ihn gekillt da oben. Ich bin mir nicht ganz sure. Einer ist weg. Hey, sie sind... Seine Krüstung hat sich versteift. Mindestens einfach pro Folge muss ich das sagen. Ich glaub ich geh richtig. Geh ich richtig? Holy moly shit. Ah, ich bin tot. Entschuldigung, aber ich bin durch Fallschaden gestorben. Ich... Durch Fallschaden könnt ihr mir folgen. Nigla, ne? Huiuiuiui. So, dankeschön. Gereda. Alles gut. Ich rette den Tag. Der... Du... Ich kann nicht zurück wenn du vor mich stehst. I came here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Wir sind jetzt direkt unter dem Schiff. Doch nicht. Oh, du weißt nicht jetzt kommen? Wo ist der Niedler? Uhuhuhuhu. Geh weg. Geh weg. Wir müssen sie in der Ladezone des Lifts angehalten. Und über den Liftership enden. Hör auf, der ist tot. Der ist tot. Oh. Wow. Ich bin aber fast der, wenn wir drauf gehören. Wer piept hier schmierig? So haben wir gewonnen? Pass auf, wenn du Niedler kriegst, dann nennen wir unbedingt einen. Wo soll ich ihn hernehmen? Ja. Klaue ich dir von den kleinen. Haben die kleinen Niedler? Na ja, auch immer die großen. Das ist völlig egal. Hardcore-Geschütztturm. Nur die mit dem Schild sind wir mal gekackt, weil die... Die wehren das mal ab. Hier, der hat Niedler. Hier, der hat Niedler. Ich bin tot. Achso. Oh, du hast auch geschützt. Du musst da weg. Ja, ich bin dabei. Ich bin da voll dabei. So. Und sollen sie nur kommen? Nee, du musst da weg. Ja, bin ich doch. Oh. Wenn ich... Wenn ich jetzt hier vorne so... So, oder? Das geht? Ja. Das geht? Das ist ein Niedler. Irgendwann. 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 Geht mit. Der Dämon. Das sagen sie doch so lange nicht mehr. Ich bin tot. Alter, wie dramatisch schon gestorben ist. Oh. Ich hab noch zwei Schuss. Worum geht's denn überhaupt? Worum? Ich mein, was? Ich mein, was? An welcher Stelle der Story sind wir gerade? Sind wir schon fast durch? Nein. Ja. Wir versuchen Captain Keyes zu retten. Wer ist denn Captain Keyes? Das ist Rode, Alter. Captain Keyes ist der Mann, der das Raumschiff gelandet hat. Der Mann, der das Raumschiff was? Gelandet hat. Ja. Seine Rüstung hat sich beim Autofall versteift. Das war meine. Und dann... Du bist nicht der Master Chief. Ich bin Player One. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ach komm, der geht down. Alter, dass der Master Chief nicht rennen kann, ne? Ich glaub, der da oben lebt noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, er ist tot geblieben. Okay. Wie steigt man ein? Äh, genau. Wir müssen gleich gucken, wenn wir alles hier geklirrt haben. Dann kommen da welche aus diesem lilanen Schiff runter. Müssen wir auf den Fernseher gucken? Auf den Fernseher gucken? Ja. Weil du sagst gucken. Hier sind übrigens drei Leute in Geschützen. Nur mal so. Ja, ja. Und du schießt nicht. Ne, weil drei Geschütze auf mich geschossen haben. Und ich bin immobil mit so einem Geschütz. Immobil? Arschloch. Übrigens, immer wenn ich meinen Bruder beleidige, ist das ernst gemeint. Also könnt ihr gerne schreiben. Äh, Trey, lass doch mal deinen Bruder in Ruhe. Ja. Der kann da auch nichts mehr. Pass auf jetzt. Am besten. Das am besten. Die Typen in Geschützen, Alta. In dieses Ding rein. In dieses Ding so geschützt. Und die jetzt sowas von flankieren. Echt fisten oder was? Direkt drauf. Einfach hier und... Zoocabamamamamamamamamamamamam. Ach auch auf die Gegner oder Anau... Drauf. Nur jetzt auf mich. Das sieht aus wie bei Halo, so ein Drop-Ship. Destiny. Destiny. PassPr estás, jetzt sind sie auch in der Mitte. Sie sind in der Mitte. Aber hier ist noch... Ach so, da. Komm zu mir. Sie r gefunden auf mich zu! Der lebt noch. Guck mal, ob die Minimap... Ja, ja. Da sind noch welche mit chillen. Da ist es bei mir hier. Nidler. Bist du das? Ach so, ich schieße in deine Richtung. Nein nein, ich soll ist. Ok, ich bin fast tot. Wo ist denn hier einer der auf mich schießt und ich fast tot bin? Der jetzt fiert mit mir. Nicht auf mich schießt. Ich schieß nicht auf dich, das ist Auto-Aim. Ne, ne. Doch, doch. Ne. Doch, doch. Oh, ich hab kurz geschielt, Entschuldigung. Normalerweise... Das ist voll der D-Day hier. Oh, oh, oh. Was ist das, ein DJ? D-Day. D-Day? Nicht hier hinschießen, nicht hier hinschießen. Wieso, du bist doch da. Doch, ich bin doch hier. Geh doch weg da, da sind doch Gegner. Nein, nein, nein. Da sind welche mit Schillen. Nein, ich seh ihn doch. Ist er doof? Da sind neue gelönt. Doch, 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 das sind jetzt die dicken. Was für dicke? Ne, doch nicht. Doch, doch noch keine dicken. Komm hier die Elites. Die sind Würmer. Echt? Ja. Krass. Da kommen auch gleich schon die... Geh, die zu tot. Danke übrigens. Ich hab nicht auf dich geschossen. Nein, 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 nein. Ich hab die ganze Zeit in einer Werte geschossen. Ja, ja, hab ich gesehen. Du hast den Response nicht, ne? Nee, wenn du... Oh, lieboli. Oh, le drop. Oh, Master Chief. Oh, nein, ich nicht da hinschucken, lauf. Oh, die, oh. Oh, Nidla! Ach. Entschuldigung. Einer lebt immer noch. Ich hab nicht dich mit Aschog gemeint. Ich hab den, weil er gelacht hat. Rode alter. Wieso ist denn hier der Kontrollpunkt, der sie aber gesetzt? gesetzt das werden doch hinter uns so ein roter gar keiner ich betont ist der ziel gestorben liebste weil du mein atem bist kann das sind das hat quantum vorhin gesungen quantum ich bin tot und der rote komponenten was ist er auch da ja kann könnten statt sehr gut noch ein ohne scheiß ich habe dass diese nahkampf ich weiß ja das übrigens xbox ist scheiße das spiel ist gut aber ohne jetzt nicht mehr ja aber auf der playstation ist besser ohne scheiß dann wird es wahrscheinlich auch nicht so aussehen ach so stimmt das geht ja mach das weg ich habe mich jetzt gestürzt um den blauen zu gehen jetzt habe ich lieber ab sonst bin ich doch wie soll man das eigentlich kann man das alleine auflegen der aufschatten ist ja wie die speicherpunkte sind und da darfst du nicht einmal sterben ja eben das meine ich hier zieht man sich einfach zurück wenn ein atom ist genau da ich bin übrigens rechts neben mir das mein bruder in ruhe wieder flankieren sagte ich sehe das ding gar nicht also vielleicht auch erst tot erst oder hier ist er ist aber ich sehe den anderen nicht sie sind da aber das schiff da schießt noch was ist ich bin tot du musst irgendwo hingehen wo du normalerweise hier ist kein ich wusste der nicht mal geht über rechts reich gehen das linke hier wo rein in das geschütz ich kämpfe gegen den schild war kämpfe für die freiheit denn freiheit ist mir wichtig ich bin du hast du das ja hast du ihn habe ich gut aber ich habe auch keine munition sind sie da unten gelandet sind so die landen da gleich wir sind doch schon gelandet ach da ja also irgendwie ich sehe da nix mehr ich sehe auch nix weil da bäume im weg sind die kommen zu dir hoch ja aber wieso das juckt überhaupt nicht weil die schilder haben also entweder hätten wir voll nicht oder das ist voll doof hier da siehst du die da oben wo ich dann hinschießt da kannst du dahinter schießen die schäden der blau oder ja die denke ich du jetzt der andere der blaue weiß nicht woher denn da kommen ja neue steht ja immer noch ein blauer ja da steht immer noch ein blauer was doch aber da kommen neue wo steht denn da noch da steht immer noch ein blauer da kommen neue ja aber der blaue steht doch da noch ich kann ihn nicht hätten die kommen alle zu mir die hitbox ist voll dumm die kommen alle zu mir ja ich flankier sie da ist irgendwas grünes geflogen jetzt ist ja noch so einer mit dem gelben schild bei dem blauen ich bin raus mein schild ist down keine grünes wie soll ich keine granaten natürlich habe ich bin habe ich nicht um das ist ärgerlich hast du im griff oder nicht das da bitte falls ich das jetzt was euch machen überleben jetzt kommt der blaue raus da kommen wieder welche ich überlebe das nicht der blaue tod der dämon ist tot ich bin fast tot ich auch das ist richtig du musst jetzt weg ja master chief weil du hast es wieder von energie master chief so bleibt hier hinten ich mache mich auch immer tot ich soll hinten bleiben ja ich habe keine munition wo bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich die becken die schaden anrichten ja wenn er meinen mit nieder hier fliegen nieder ist gut ist gut einfach zurück 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 weiter noch weiter ist gut was soll ich machen ist angriff voll kann voll kein angriff auf den blauen das grüner grüner du war noch ein blauer und grüner wieder ganz die kleine und der blaue er ist es ein nieder ja 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 das ist ein problem also stehen bleiben und das aber kurschen wir ganz eben nicht hier so dass wir nicht tun er soll weg gehen du bist der blasse junge das ist ein niedler einfach seine quatsch wenn der nieder kommt so ich muss den gedrücken wenn du nicht da hast dann behalten für die für die dicken für den rest meines lebens kann man den nachhören ja 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 blauer und rote also ein kleiner oder die kleinen roten auch schlimmer als die kleinen grünen ja echt das roter schlimmste wenn ne gold ich glaube ich habe keine musikierung gold ist das schlimmste ja ich glaube ja ich denke die goldenen reden nicht mehr auf ich weiß nicht hart unter feuer mit nieder auf dem schild baust du nicht auf dem nieder master chief du was ich bin tot geh zurück geh zurück geh zurück die mit dem schild baust du nicht mit nieder abschießen du hast glaube ich keine musikierung mehr richtig ich brauche mal eine dicke alien wumme du hast nieder ja den soll ich aufsparen sagst du ja wäre gut oh wir sind in falsche richtung du bist in falsche richtung hier ist eine lange nee ja aber jetzt ist der niedler ja weg nee aha kann man nicht nur eine kleine und eine große sondern auch zwei kleine und dann kann auch zwei kleine zwei große und dann kann man auch zwei große haben aber auf granate 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 nicht raus nicht ja genau da au wo ich sehe sie nicht geh mal raus du bist fast doof da sag mal hast du mir eine gelangt du hast fast doof ja aber nur fast jetzt ist der niedler weg du achten Kind nee der liegt doch hier noch nee nee da nein da ich bin tot ne ich bin tot nee noch nicht ne noch nicht eigentlich schon du wolltest mich grad ein bisschen anschießen ja nicht heulen jetzt das volle stellungskrieg ja aber das ding schaffen wir noch in dieser folge ich habe den schild über die ohr gekloppt ja aber jetzt kommt hier die kontrolle abgeschlossen niedler suchen also nicht habe ich nicht so jetzt kommt die wo sind volle volle kann es aber wenig scheiße ich habe kein niedler und die haben auch ein bisschen langsamere schüsse dafür aber sowas wie bazooka schüsse also scheiße die prallen ab die niedler sind die unsichtbar nein dann dass diese würmer ja sind das natürliche großen oh er kommt auf mich zu er hat den geschützt so umgegramm da brauchst du ja da brauchst du kein ding drauf machen was soll ich mir die machen einfach schießen aber geht von mir weg der rennt voll auf mich zu alter alter hallo hallo entschuldige er platzt aber wie ist also die ganache ist die pulle auf mich zu gelaufen wie so ein bulle ich habe für keine wache mit munition ich finde keine die hier so aber hier ist aber hier ist doch auch da ich habe einen eingesammeln der der typ noch hätte ich ja auch so ein schild deswegen halt auch mal ab wir müssen auf ihn schießen ist er tot der lebt noch der kleine räuber jetzt ist er tot das waren die großen schweren ja das sind die großen schweren jetzt kommt verstärkung für wen für uns ja die sind es richtig sinnvoll ich weiß nicht ob jetzt ein niedler vielleicht doch vielleicht ein vorteil wäre kommen jetzt unsichtbare liegt hier ein mensch ja ja jetzt gleich kommen unsichtbare da oben was ist das denn für ein schiff ist das schon länger hier da sind die doch rausgekommen hast die weiter nach oben geguckt ne menschen das sind unsere jetzt mach die nicht noch mehr kaputt wir brauchen die sterben sowieso sofort du bist zu fett master chief ist das jetzt ein neues level oder was ne auch tatsächlich wir sind drin ne ne ist klar oh fuck ich weiß was ich weiß was ich weiß was ich weiß was bei den beans auch gesehen ja da hängen sie am meisten dran das weiß ich geil ich freue mich ich hoffe ihr freut euch auch bis zum nächsten mal macht es gut tschüss tschüss